Diese drei Brawler kann ich überhaupt nicht leiden. Auf dem dritten Platz haben wir Stu. Stu ist ein unglaublich schneller und nerviger Brawler. Vor allem seine Station sorgt dafür, dass er nochmal schneller ist. Was ihn aber so nervig macht, ist, dass er eben die ganze Zeit rumdashen kann und an so und eben schlecht treffen kann und er unfassbar schnell ist. Auf dem zweiten Platz habe ich Tick. Das Nervige über Tick ist, dass er eben drei Minen auf einmal werfen kann. So kann man den Gegner einfach die ganze Zeit zuspammen, hat eine große Reichweite und kann nicht getroffen werden. Seine Ulti ist dazu ein Kopf, der immer wieder gefarmt werden kann und immer wieder total nervt und explodieren kann. Und dazu dann noch ein Gadget, mit dem er auch aus der Nähe nicht gekillt werden kann. Das ist so nervig. Und auf dem ersten Platz haben wir natürlich Edgar. Mit Edgars Gadget können wir seine Ult direkt aufladen und dann eben einfach zack auf die Gegner draufjumpen. Der schaut auch schon unglücklich und kann überhaupt nichts machen. Auch Werfer sind für Edgar nicht sicher, aber er kann einfach jumpen, ist extrem schnell und kann einfach jeden killen. Und das ist so nervig. Welche Brawler könnt ihr nicht leiden? Schreibt es gerne in die Kommentare.